Ich bin heute in Schlucksee mit meinem Kollegen Matsche. Wir fangen heute nur Barsche, oder? Ja, große Barsche. Gibt es genug Barsche? Ah ja. Also ich anfange zuerst von kleinem, ja. Barsche von groß. Ich probiere. Matsche. Suchst du Fisch? Ja, ich muss einstellen kurz. Mach ich. Ich sehe schon Fische überall. Von unten bei uns. Wir fangen heute. Sicher. Sicher. Erste Oku. Erste Oku. Nicht gerade, aber jetzt. Okay. Das ist gut, oder? Erste Wurf, ja? Ja. Erste Oku. Erste Oku. Erste Oku. Daumen. Erste Okoine vs Yeah Assiro LayIC Erste Oku. Erste Oku. Ich nehmische ich sehen. Wir sind sch perturb lengerstudirem. Wir sind hervor jeux Villene. Es gibt so viel stές, aber sie نے ersteres aus. Und wir sehen, ja? Wir ziehen einen Kuhn. Das ist ein guter Kuhn. Auf 1 cm mehr. 1 cm größer. Als andere. Das ist ja. Und andere Kuhn. Und andere Kuhn. Schön, ja? Am Schlucksee gibt es auch. Du machst viele Wurme, ja? Ja. 45. Mit kleinen Köder. Aber das wirkt. Wir wissen das. Und das machst du noch drauf, ja? Das ist ein guter Köder. Mega gut. Ich empfehle alle. Für Schlucksee. Mega gut. Also, ich fische heute mit. Gaitage. Und Nike. Und wir haben heute genug gefangen, oder? Mega viel. 20-25 Stück. Tiefe? Von 12 bis 16 Meter, ja? Ungefähr. Wir haben probiert. Ja. Wir haben noch viel. Ja. Also, heute hat man Spaß erlebt, oder? Ja. Aber wir haben noch Zeit. Ja. Wir gehen weiter. Bis jetzt keine 45, oder? Bis jetzt nicht, aber gleich. Fantastisch, oder? Ganz klein. Ganz klein? Ja, da kann ich. Wie? Du hast doch jetzt gerade gehabt. Du musst doch halt. Oh, schön, da. Wie Turbo kommt. Turbo? Oh, siehst du? Funktioniert. Ja. Neue Gummi hast du reingemacht, schon funktioniert. Ja. Gut, weiter so. Ja. Perfekt. Was will ich sagen? Im Schluck gibt es genug Barsche. Mega viel. Aber da muss man viel probieren. Neue Gummi probieren, 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 arbeiten, arbeiten, binden, schmeißen und dann fangen. Ja. Wir haben Spaß erlebt. Ja, war mega gut heute. Super. Ja. Wir waren tief. Zwölf bis siebzehn Meter. Ja. Und das haben wir gefangen. Also, schöne zusammen. Ciao. Ciao.